Hier ist sie, meine süße, meine schnuckelige Arche. Ja, sieht sie nicht absolut fantastisch aus? Ich war doch bis zu jenem Tag genauso eine mausgraue Existenz wie sie. Der Mann muss raus aus dem engen Käfig der Zivilisation, sonst vermittelt er. Mannschaft der Arche, angetreten, wir nehmen heute Kurs auf den Dach-Arabat. Das war jetzt der Höhepunkt deines Lebens und nun ist definitiv Schluss. Was machst du? Richtig, du besorgst dich. Aber das muss ich verhindern, weil sonst käme alles raus. Alles. Auch das mit der Verwechslung. Es ist Zeit, Herr. Schick Wasser vom Himmel. Viel Wasser. Die neue Arche wird größer und schöner. Stahlkriegen in Italien, 250 Millimeter in drei Stunden, der Trieber schwillt an, Überflutungen in Rom. Ich, Noah, biete Ihnen und nur Ihnen an, bei der nächsten Sintflut auf der Gewinnerseite zu sein. Auf der Arche 2 geht es fangmäßig zu. Hätten Sie vielleicht Lust auf einen kleinen Ausschnitt aus meinem superwitzigen, super spaßigen Sintflut-Comedy-Ablachprogramm? Wissen Sie, was später mal auf meinem Grabstein stehen wird? Da wird stehen, hier liegt Noah. Der Mann, der mit der größten Katastrophe der Menschheit spielend zurechtgekommen ist. Aber nicht mit seiner Frau.